Hier we go. Was für eine geile Aussicht! Was für eine geile Aussicht! Guck dir Aussicht an! Ja, klar! Scheiße! Was soll ich so pusten? Nein! Hoffentlich ist das Video nicht mit Ton! Wie hat das Video gekostet? Keine Ahnung! 20 Dollar? Ich weiß es nicht! Kann man sich das angucken? Weiß ich nicht! Ja! Kommt der Aussicht! Das war geil! Ich hätte es schlimmer in Erinnerung! Ja! Es war krass! Aber in Ordnung! 25 Dollar dafür? Das ist so ein guter Preis! Ja! Nicht mal 20! Marco und ich haben damals 100 Euro bezahlt! Guck mal! Wir haben zu viel bezahlt! Und hätten für 75 das Video, zwei T-Shirts und zwei Riders bekommen! Perfekt! Great! 10 Dollar! Well, was war 12 Dollar? Echt auf? 10 Dollar? 10 Dollar! 1 Dollar! 10 Dollar!